Macht's gut, ihr Trottel. Leid, hauer! Ciao, ihr Idioten! Yo, Leute! Ich bin's Felix und ich hab mal wieder richtig Bock, mit euch zu zocken. Und dieses Mal sind wir sogar fünf Leute pre-made. So, also keine Ahnung, ob das hier was wird. Im Sprach-Chat ist jetzt aber gerade nur eine Person. Germelikas ist am Start. Germelikas, der ist so geil. In der Tat. Nein. Diese Musik, ich schlaf gleich ein, ey. Wir machen den Blue. Wir machen den Blue. Der Blue. den haben wir gleich im Schuh. Diese Reins, Alter. Jo! Komplex ist Design. Ich komm mal vorbei. Ja, mach mal. Oh noo. Ah, fuck. Oh, bitter. Alter. So, jetzt komm ich ja mal bei euch vorbei. Ja, mach mal. Das ist grad gut. Ich hab auch Ulti und alles. Rauf. Okay, go, go. Ah, fuck. Nein, das ist nicht gut. Okay, go, 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 go. Ich komm sogar weg, Alter. Ge, ge. Ge, ge, Alter. Ja, easy. Wie hast du das denn überlebt, Alter? Also, grad zu ihm, ey, grad zu ihm. Die Diana. Los Dianeros. Die Diana. Hallo. 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 Hallo, mein Name ist Diana. Hallo, ich bin Diana. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin wieder weg. Nein, den schaffen wir nicht. Den schaffen wir niemals. Der ist richtig. Ich mach da, machen wir. Okay, wir sind zu dritt. Go, go. Lauf da. Zack. Alter, was ist los? Wie ich sagte, man macht einfach keinen Schaden an dem Macker. Hau da ab da. Äh. Toll. Alles klar. Ja, auch läuft, ne? Süß, ey, was hat denn der für Items? Was kann man dagegen machen, ey? Was soll das? Ist der so tankig? Also, der Onkel Schwandel hat, äh, Dornpanzer. Hau ihn doch weg. Ja, aber ich hab den Schwandel gekillt. Alter, wieso sind die alle so stark? Kommst du da weg? Kannst du ihn stun? Kommst du da weg? Hast du Flash? Bist du hier? Ja, ich hab Flash. Das war schlau. Komm her. Nein, lass sie. Wenn du jetzt stirbst. Ja, das ist überschützig. Easy, Alter. Ja. Ja, ich hab irgendwie Schiss, dass da gleich noch irgendwas aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Stimmt. Oh, jetzt holt die rum. Geh, geh. Du bist das eins. Ach du Scheiße. Oh, nee. Oh, egal, ey. Ich hab's auch so überlebt, ey. Oh, das war so close, ey. Alter, dass ich das überlebt hab. Ich hab mich sowas von totgissen gekriegt. Ich hab ein Nest. Ich auch. Du bist da mich reingejumpt. Einfach random. Weil ich dachte so, oh, kacke, das sind drei. Und du gehst so, yo. Yo, Yolo. Ja, Maulwurf war ja dabei. Und dann dachte ich so, okay. Wollen wir auf die drauf? Ja, warte. Dann sofort da. Hier, guck mal, die kommt in deine Richtung. Können wir die bitte töten? Ja, machen wir doch gerade. Ja, easy, Alter. Nicht so ungeduldig, mein Freund. Geh mal rauf. Ja. Ja, easy, Alter. Ich glaube, wenn alle gehen, dann geh ich auch. Ja, dann bleib ich hier. Ja, dann bleib ich auch da. Voll. Hm. Spendel ist aber immer noch nicht da. Wir sind echt, wir sind einfach mal fünf. Rein da. Ja, easy, Alter. Ja, easy, Alter. Lass gemacht. Hey, ich hab nicht einen Kill gekriegt. Was ist da los? Mach mal rein. Hier, schildere dich mal weiter. Nein, bleib stehen, Alter. Spendel, bleib stehen. Nein, Alter. Guck dir das an. Was? Der macht dich ja auch noch platt. Geht doch. Ich hab ein bisschen Schiss, da rauf zu gehen, ne? Aber irgendwann müssen wir. Jetzt. Jetzt, wir haben das Spiel. Alle gestunt, Alter. Ja, ich mach den Schwandel, ich mach den Schwandel. Gib mir den Schwandel. Leona macht alle. Ja, easy. Dieser Engage, Alter. Jetzt pushen wir das hier. Macht's gut, ihr Trottel. Sei traurig. Tschau, ihr Idioten. Okay, Diana ist tot. Ja, Diana ist aber tot. Wo ist der Master Yi? Oh, der Master Yi ist on, Freak. Der Master Yi ist da. Für den Teamfight brauchen wir den Yi. Ja, je, ist da. Aua. Tralala. Was macht der denn? Oh, okay. Das macht er also. Wer stirbt wieder mal der Yasuo? Ja. Wie steht da Yasuo? Ja, der steht auch einfach 3,13, Alter. Alter, fiel den 3 rein, ey. Warum die den aufgetrieben? Ich mein, der steht 39,23. Wie können wir das verlieren? Oh, Alter, was ist hier los? Alter, nicht so viel auf einmal. Mann, jetzt mach den Trottel doch mal platt. Das gibt's doch nicht. Alter, was ist das hier? Nein, lass mich überleben, lass mich überleben, lass mich überleben. Oh, fuck. Ja, das war's. GG. Gabi, Katze. Wo ihr played? Ja, GG, ey. Ah, fuck. Okay, Leute. Das war's wieder mit einer Runde League of Legends. Zusammen mit Matthias. Und das lief nicht so gut. Aber ist egal, es hat Spaß gemacht. Peace out. исk Bis zum nächsten Mal.